Max, ich habe mit dem ein Interview gemacht, da habe ich gesagt, Herr Kuhl, sind Sie eigentlich unverbesserlich? Das sagt zwar nicht. Ich soll ja auch sagen. Kollegen waren etwas erstaunt, aber ich fand es irgendwie an der Stelle einfach mal richtig. Ich lasse wirklich jedem in Ruhe, ja. Aber wenn jemand gerade von offen verab... Pause, Hoffenheim, Köln, 2 zu 0.